Noch ein Countdown Ah Okay bei Elson haben wir auch Countdown für ein Countdown Also ich sage Bloodborne Remake Bloodborne PC Version Bloodborne Card Was haben wir noch Was haben wir noch Sinn Es geht los Nice Hi everyone Hi everyone Kisselbash 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 I'm here to welcome One of the newest members Of the PlayStation Studios family Firewalk This team brings together Some of the most talented developers In our environment Hab ich schon mal gehört Aber keine Ahnung With an incredible pedigree In the online multiplayer space We announced their first game Concorde Last year And today Sagt mir nix Concorde Ja Here is an extended vignette Introducing some of the cool characters You'll find In the Concorde Galaxy Enjoy Concorde Amazing Dammit starten wir Okay Firewalk Creator City Sonde Sonde Battle Royale Extra extra shooter Ewie A few moments later Okay Heldenshooter Okay 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 Do not trust him Oh Where is this coming from? It's coming from you Back on the ship Saying Trust me We're professionals We'll stick to the plan We can do this And then Fact You know this Just to meet three gunner suspects Am on the run Causing downtown That was not the plan Technically it was a plan It wasn't the same plan That we started with If we don't leave With this blue button We will We will I'll be waiting outside Oh No one moves We'll be taking this Hmm What? Hot sauce Hot sauce Ew Oh No Okay Okay haha ja mag er in Der Roboter geht auf zum Team. Bastion? What the fuck? I am developing a taste for destruction. Goodbye. Oh. True. Oh. Uh oh. 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 I am glad you avoided a dishonorable death. Almost dying is the best way to learn how not to die. Or something. I knew this was gonna work. This wasn't the plan. This wasn't the one we started with. But what's the game? Oh. Wait. Oh. Yeah. So do you like carry it around with you for emergency and the situation? Ok. Hey Mara. Don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less scaffolding. We have no scaffolding. Zero scaffolding. I promise. Echt so. Yo, was geht's da? What the fuck? Concord. Jo, es sah nicht schlecht aus, aber kein Gameplay halt, ne? Nein! 5v5, nein. Oh, nee. Oh, nee. Direkt kein Bock, nee. Direkt L. Na, L. Na, ich hab auch kein Overwatch im PlayStation Universe. Okay, okay. Zeig der. Oh, Mann. Ich hab mich schon gefreut. Sci-Fi, Digga. Safe. Widowmaker. Da war McCree. Cole, oh mein Gott, Cole. Na. Das ist wie Destiny aus, what the fuck? Ich brauche eine Sekunde, um mich zu verletzen. Bro, jetzt musst du den Armbrust, der hat doch gerade in der Hand benutzt. Jetzt brauch ich den Armbrust dafür. Oh, okay. Moment. Nee. Winston in zwei. Außer es ist wie 2Play, keine Ahnung. Ich glaube nicht, das ist mal das. Oh, noch. Wie groß ist da? Oh, die ist echt groß aus. So, Moment vor ihm. Also, war lag, okay. Na, Mann. Spricht bis Null an, Alter. Spricht bis Null an, Alter. Ted. Nein, Chats eh schon. YouTube. Sie reden immer noch drüber. Bei Overwatch habt ihr gesehen. Er hat bei Overwatch abgeschaut. Genau. Wir haben uns auch. Am ersten Mal klappt, beim zweiten Mal nicht. Dann machen wir nur einen Teil. Echt so. Perücke, oder? Wo sind die Healer? Klasse. Echt so. Wo sind die Healer? Klasse. Echt so. Wo sind die Healer? Echt so. Wo sind die Healer? Wir haben alles, von Mystiker und Medikern, zu Gunslinger und Roboter. Echt Charakter bringt ihre eigene Persönlichkeit, Fähigkeiten und großartige Perspektiven in die Crew. Echt so. Wenn du in Concorde in den Zugangst, wirst du mit einer neuen Cinematik-Vignette willkommen sein, die dir die Chance, unsere Charakteren aus dem Job zu sehen. Sie werden aufgehörige Narrative-Arken, die Charakter-Storien und Beziehungen und die größere Concorde-Galaxie aufbauen. Warum küsst du einen Tschachki? Wir freuen uns, dass wir in Juli eine Prelaunch-Beta in Juli Nö, danke. Nö, danke. Nö. Ja. Da, das... Und wo kommt der denn näher raus? Nö, danke. Pre-All, also kostet nicht viel to play. Nö, danke. Nein. Nein. Nö, danke. Uff. Und vorbei. Dank fürs Zuschauen YouTube und... Oh, next. Okay. God of War... PC. Einer hat recht gehabt. God of War... Ragnarok PC oder so. Wo? Echt so. Da freuen sich die PC-Spieler. Das ist ein gutes Spiel. Echt so. Ja. Ja. Ich hoffe auch, die Alters kurz. Wir wollen nicht wirklich Krieg. Hast du, Kratos? Krieg kommt! Die Propheze sagt, dass Fimmelwinter führt zu Ragnarok. Die. 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 Sie. Sie. Sie, Geordim war unser Schaaf. Sie haben wir nicht erwarten. Wir haben DEREN. Sie sind zu schnell hierher! Include Valhalla Deals Sony macht den besten Singleplay Spiele ever Also wer sich jetzt noch die Xbox kauft ist verrückt 19. September Echt so, echt so Oh, ist es dieses Ding? Ah, was anderes, ok Was neues Ich glaube das ist so China, China Game Es gab schonmal einen Trailer davon, glaube ich Ne, doch nicht Omega Force Vielleicht ist es der Weg der Welt zu lamentieren Das ist Ding Dynasty Warriors Das uralte Das gab lange nicht mehr Lang keinen Dynasty Warriors mehr Bestimmt, ja Ich habe es damals auf der PS2 gespielt Ich habe es nicht verstanden, was ich gemacht habe in dem Spiel Ich habe irgendwas gemacht Ja, Mann Ja, Mann Oh, mein Gott Wie viele Leute da rumlaufen What the fuck Ja Monster Hunter, glaube Das ist verrückt Das ist verrückt Das ist verrückt Origins 2025 In Fold Genshin 2 Genshin 2 Es war kein Trailer Paimon Wir wurden wirklich transportiert nach Miroland Was? Oh Gott Der Weg von einem Stylisten ist sehr einfach Also Fertig 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 Was ist das? Ist das Wie heißt das? Animal Crossings für Playstation Stadio Valley Hell no, Digga Auch nicht mein Pipe of tea Cup of tea Bestimmt ein gutes Spiel für Asmengold Nee, nicht mal dann, Digga Ok, Graf sieht schon gut aus Bis jetzt Es gab Ich hab bis jetzt kein einziger Mann vor By the way Playstation Woher wusstest du das? Was? 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 Ok, die haben mich Die haben mich Stars Fertig Sicher? Ui Tipps works What the fuck is this? Ey, yo Ok 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 Das ist gut aus Interessant Was ist das? Holy shit Uuu Ok Geil, Alter Uuu Geil, Alter Ui Geil, Alter Da ist, like Oder? Ja Uuu Geil, Alter Erinnere dich, egal was passiert, wir haben nicht gewusst, dass wir uns nicht gewusst haben. Äh, Ballad auf Antara. Nicht schlecht, sehr gut. 2025. Sehr gut, Playstation 4 zu gewinnen. Next. Ah, Blacktail Chipman. Skydance says Behemoth. Ah, VR. Okay. Dominik, das ist dein Cup of Tea. Oh. Oh, das sieht gut aus, what the fuck. 200. Oh, geil. Oh, Dominik. Gönn dir Dominik. Uh. Lol. Das sieht schon funny aus. Damn. Oh. Oh. Cool. The poison in my veins begs me to kill. Lol. Kopf abgehauen. Das sieht nicht schlecht aus. Für ein VR-Game. Elephant. The power of our God is immeasurable. Elephant. I thought I could be a hero. But heroes don't survive the forsaken lands. Lol. Das halbe Gesicht abgeschlossen. Only monsters do. Das ist ja bald. Damn. Ja. Schon, ne? Ja. Jetzt kommt. Bloodborne 2. Surios. Keine Ahnung. Oh. Sci-Fi. Gefällt mir schonmal. Schon wieder VR. Ja. Ah. Alien. Alien. Wie hat er Dominik? Gönn dir. Facehugger. Echt so. Besser. Alien rogue incursion. Okay. Möge. Wisslist. Oh nein. Ich habe Angst. Hallo. Hallo. Seine, es ist das so? Nein. Ah, dieses Marvel Overwatch-Klon Marvel ist irgendwas Nett ist, das ist Kando Payton, wenn Spider-Man We are Venom Er ist schon geil Aber ist halt Overwatch Ist halt Overwatch, ne? Marvel Watch Nee, danke Nee, du danke Wow, Widowmaker Und der Punisher Ja Ja Genau Star-Lord Spider-Man Mais Morales Nee, du Danke Die wollen mir eh nur Skins verkaufen Arrivals Die war 0.5 Black Panther Nee, so Black Panther, glaub ich Dark Set Scarlet Spider Das ist es Das ist es Nee Doch Oh, warte mal Aber ich hau es dir damals aus Verwirrt Ja, ja, genau, genau, genau Ja, ja, genau, genau Wrong Souls-like Auch Ch-Chinese, oder? Hast du das, sag ich Ja, darüber Na, das ist es was ich meinte Okay, ich war ja nicht Jo, hat schon was gehabt? LysumJ? Ja Hallo Freunde und Fans, ich bin super begeistert um alle meine Freunde zurück zu den annualen Blackwood-Winter-Geräusern. Ah, Until Dawn Remake. Ah, okay. Ich dachte, das Remake ist schon draußen. Nein? Ah, okay. 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 Was? Eigentlich nur eine halbe Stunde, nur eigentlich nur. Ja, außer das eine. So ist irgendwie. Jessica! Du lässt mich nicht sterben! Oh nein. Und Pizze. Next. The Last of Us. Oh! Puff Excel. Für Playstation. Oh shit. Das könnte big sein. Really? Oh, keine Ahnung. Ich rausge 16-20. Oh nein! Ich schreibe! Ja. Für Playstation 2. Ich rotev. Oh nein! Ja, ja. Oh nein! Ich rotev. Und jetzt. Ich rotev. Ich rotev. Ui! Besser als Diablo 4. Ja, mit den alten Playstation-Logos da unten. Mit den alten Playstation-Button unten. Die Anzeige. Also in Farbe noch und so. Couch Corp. Boah, das ist heftig. Holy shit. Damn. Diablo konnte das nicht machen. Damn. Das ist heftig. Couch Corp. Und Crossplay. Damn. Und Cross-Progression. Cool. Und Cross-Progression. Und Cross-Progression. Early X. Late 2024. Komm noch eins. Gib mir noch eins. Komm. Ja. Silent Hill. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich... Ich war... Es ist okay. Ich wollte dich nicht schocken. Ich bin ein bisschen verloren. Ich bin ein bisschen verloren. Ich schaue für Silent Hill. Ich denke, du solltest weg. In dieser Stadt, da ist etwas falsch mit dir? Ist es gefährlich? Vielleicht. Ich werde dir sich vorschlagen. Ich bin nicht lieb. Und was macht sie dann hier? Ich bin nicht lieb. Ich bin nicht lieb. Ich bin nicht lieb. Ich bin nicht lieb. Nein. ja man macht ja was soll man wer ist die Boah, das ist doch eine Band, Alter. The fuck? Nein, bitte. Silent Hill 2. 8. Oktober. Damn. Capcom hat dieses nächste Spiel letztendlich oder? Oder? Oh. No, wei. Oh mein Gott. No, wei. Jau, bitte, sei, geil. Es muss, es muss geil. Oh, oh, mami. How the makers get rid? Hey, real game Capcom ist, bringt ein Banger nach der anderen raus Mit der Katze auch wieder Echt so Ne, ist jetzt nicht Das ist ja nur ein kleines Monster Okay Damn, Alter Holy shit, die Grafik, Alter Ja, Mann Mit, mit Ding Äh, wir haben vergessen Großschwert Ja Ich auch, Alter Echt so Ah, nächstes Jahr Aber wann genau Wissen wir Ey, die Waffen gewechselt Ja, Mann What the fuck Geil Ja, Mann Save data Bonus Hab ich Ui Was jetzt Hä Alle freuen sich im Chat Was Was Why Though Oh, nee So, danke Ey, yo Casino Casino Das ist doch Nave und Rick, oder? Das ist doch Nave und Rick, oder? Oh, nee Das ist doch Nave und Rick, oder? Ja, aber I imagine, das war PS-Math Pro. Der RIP-Bitrate, Alter. Kein Alters. Ich habe das Gefühl, nur eine Tag-Demo. Astro-Bot. Ein letztes Spiel, bitte. Noch ein letztes Spiel, bitte. Sony, bitte. Sony. Nein. Wir haben eine letzte Sache. Wir haben eine letzte Sache. Wir haben ein wenig mehr. Komm schon. Nein. Nein, ihr Schweine. The fuck? Die Leaks waren nicht real. Wie viel? Alter, Sony. Was soll die Scheiße? Sony. Hä? Oh. Sony. Was macht ihr Sony? Okay, YouTube. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Like und ein Abo da ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schwung.